Ich gebe euch mal eine kleine Zusammenfassung zum dritten Event, also bleibt dran, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich hatte ja ein Event angekündigt vor 6 Tagen, schrägstrich vor 5 Tagen und möchte euch jetzt noch eine kleine Zusammenfassung geben, dann müsst ihr jetzt hier nicht die beiden Videos unbedingt gucken, könnt ihr gerne machen, müsst ihr aber nicht tun. In der Videobeschreibung hier unten befinden sich Links einmal zu dieser Seite und einmal zu dieser Seite, da steht auch nochmal alles Wichtige in Textform drin, also müsst ihr euch das Video hier nicht unbedingt komplett angucken, ihr könnt euch das auch nochmal selbstständig durchlesen, aber ich werde auch nochmal jetzt, wie gesagt, alles mündlich zusammenfassen. Dann habe ich am Samstag um 21 Uhr noch ein Among Us Event mit euch, mit Zuschauern würde ich gerne spielen, also schaltet auf jeden Fall mal rein, ihr könnt euch das Ganze nochmal hier in dem Video hier angucken, wenn ihr dazu Interesse habt, auch das ist unten verlinkt. Dann, auch wichtig, habe ich noch in meinem Community-Tab eine kleine Umfrage, wer alles bei dem Event, was ich gleich beschreiben möchte, nochmal, also nochmal zusammenfassen möchte, alles mitmachen möchte oder wenigstens die Streams verfolgen möchte etc. pp. Würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal bei der Umfrage teilnehmt, 24 Leute haben schon teilgenommen und die meisten wollen wenigstens zusehen oder sogar mitmachen und das finde ich schon ziemlich cool, aber ihr könnt gerne auch eine andere Meinung in den Kommentaren reinschreiben. Okay, kommen wir zur Zusammenfassung. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ist ein Link, der führt hierher, da habt ihr nochmal einen schönen Text oder hierher und da habt ihr dann auch nochmal in etwa denselben Text, nur dass ich den hier geschrieben habe und den hier hat Speedy geschrieben. Gut, dann werde ich das Ganze mal grob nochmal zusammenfassen. Was müsst ihr tun, um teilzunehmen, Teilnahmebedingungen? Wenn ihr beim Event teilnehmen wollt, müsst ihr mit dem RPG Maker eurer Wahl am PC ein Projekt erstellen mit einem der folgenden Themen. April-Scherze und oder Trolle, Ostern, Tanz in den Mai-Walpurgisnacht. Ihr könnt die Themen auch bunt kombinieren, zum Beispiel April-Scherze mit Ostern kombinieren etc., wie ihr das wollt. Fällt euch bestimmt was Lustiges ein. Hinweise, mindestens eins der Themen sollte klar erkennbar das Hauptthema eures Projektes sein. Also ihr solltet nicht irgendwie ein Spiel machen, wo zwar Ostern auftaucht, aber eigentlich das Spiel gar nichts mit Ostern zu tun hat. Es sollte dann wirklich tatsächlich dann sich hauptsächlich um Ostern drehen oder halt um April-Scherze, Trolle etc. pp. Das Projekt, was ihr erstellt, sollte, wenn man es spielt, 30 Minuten bis maximal 3 Stunden Spielzeit aufweisen. Rechnet da lieber ein bisschen runter, sagen wir mal 2,5 Stunden oder 2 Stunden Spielzeit, lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Das werde ich dann im Stream nämlich spielen und da kann es unter Umständen vorkommen, dass ich vielleicht total verpeilt bin. Ihr müsst immer bedenken, dass jemand, der das noch nie gespielt hat in seinem Leben, immer anders auf die Dinge reagiert, als jemand, der das schon kennt. Also peilt lieber so 2 Stunden für euch an und für eure Tester vielleicht so 2,5 oder 2 bis 3 Stunden, sagen wir es mal so, falls ihr Tester habt, die das nochmal vorher testen wollen, bevor ihr das einreicht. Ein Sendesschluss für eure Projekte wäre der 28. Mai 2021 um 23.59 Uhr. Also ihr habt den ganzen Tag da noch Zeit. Gut, es gibt noch zusätzliche Bedingungen, die sind auch sehr wichtig. Euer Streamname sollte im Projektnamen enthalten sein oder zumindest im Ordnernamen so, dass die Projekte dann am Ende auch zugeordnet werden können. Zum Beispiel könntet ihr euer Spiel jetzt nennen DonF204 Projekt 25 oder so, keine Ahnung. Oder DonF204 Event und dann statt DonF204 fügt ihr natürlich euren Nutzernamen ein, euren Streamnamen. Gut, nur damit wir das zuordnen können. Am Ende. Jedes Projekt benötigt einen Kleinbeschreibungstext. Diesen möglichst bis zum 21.05. einreichen. Also sieben Tage vorher. Ähm, das wäre gut. Also einfach eine kurze Beschreibung, was passiert in eurem Projekt, worum geht es genau. Einfach nur eine kurze Beschreibung, mehr wollen wir da gar nicht. Ähm, dann hätten wir gern einen kleinen Avatar in Form eines Charaktersets aus dem Figurenerzeuger, das RPG Maker. Also wenn ihr hier den MZ oder den MW, da ist das ja genauso, startet, dann habt ihr hier diesen Figurenerzeuger. Und da wollen wir einfach diese laufende Grafik haben. Gut. Vielleicht noch die Face-Grafik, keine Ahnung. Ähm, sprecht das dann nach, äh, dann einfach mit mir ab nochmal. Meldet euch da einfach. Dann, also wenn irgendwas unklar ist, einfach bei mir melden, ist kein Problem. So, euer Projekt darf nicht vor dem Livestream veröffentlicht, aber natürlich von Freunden testgespielt werden. Also ihr dürft es nicht irgendwo veröffentlichen, nirgends hochladen und frei zur Verfügung stellen. Gut, das definitiv erst nach dem Event. Es dürfen nur legal verfügbare Ressourcen verwendet werden. Also nicht irgendwo, äh, die Top 100 Charts, ähm, runterladen und einfach die Musik einbauen oder irgendwo bei Google nach Bildern suchen von, keine Ahnung, Star Wars oder Harry Potter oder so und da jetzt ein paar Bilder einbauen mit. Das bitte nicht tun, dann werden eure Spieleprojekte disqualifiziert. Jedes Projekt muss eine Quellenangabe absparen, schrägstrich Credits für alle verwendeten Ressourcen enthalten. Also für alle verwendeten Ressourcen muss eine Quellenangabe, ähm, innerhalb des Spiels irgendwo auftauchen. Das ist sehr wichtig, weil so können wir auch überprüfen, ob sich das um legale Ressourcen handelt. Gut, um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr euch hier im Forum, also hier, das Forum hier, verlinkt in der Videobeschreibung. Oder, äh, und, oder, in der Steam-Gruppe, auch verlinkt, in der Videobeschreibung anmelden. Ähm, Abgabe der Projekte, die Projekte schickt ihr einfach direkt privat an mich. Dazu gibt es auch Kontaktmöglichkeiten, die sind hier auch nochmal aufgelistet. Oder halt unten in der Videobeschreibung, da sind die auch alle aufgelistet. Könnt ihr einfach privat an mich dann senden. Oder an Speedy Underwood, ähm, hier, Speedy Underwood auf Steam, da ist das dann auch okay. Sie leitet das dann an mich, denke ich mal, weiter. So, Gewinne. Ganz wichtig, die Gewinne. Zu gewinnen gibt es 6x10€ Steam-Guthaben. Also, insgesamt 60€, die ich von meinem persönlichen privaten Geld, ähm, an euch natürlich dann weitergebe. Weil, ihr seid mir wichtig und, ja, und ich hab Spaß mit solchen Events. Also, warum nicht? Es werden 3x10€ Steam-Guthaben an alle Teilnehmer verlost, die hier im Forum angemeldet sind. Und 3x10€ Steam-Guthaben an alle Teilnehmer, die in der Steam-Gruppe angemeldet sind. Man hat also die Möglichkeit, bis zu 20€ Steam-Guthaben zu gewinnen. Wenn ihr also hier im Forum angemeldet seid und hier in der Steam-Gruppe angemeldet seid, ein Projekt einreicht, was die Bedingungen erfüllt, dann könnt ihr auf jeden Fall bis zu 20€ gewinnen. Gut. Kann natürlich auch sein, dass ihr leer ausgeht, aber wenn ihr bei beiden angemeldet seid, ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, dass ihr wenigstens 10€ gewinnt, als wenn ihr nur bei einem angemeldet seid. Logischerweise. Also, am besten bei beiden anmelden und, ähm, das auch kundtun, wenn ihr mir die Projekte schickt. Aber ich werde dann auch nochmal explizit nachfragen. So, also, das könnt ihr nicht vergessen. Alle Projekte werden ab dem 29.05.2021, Sternchen, das Startdatum der Livestreams kann sich in Zukunft ändern, live auf YouTube gestreamt. Mit Abgabe der Projekte willigt ihr das natürlich ein, dass ich die streamen darf und dass ich sie danach auch zum Download anbieten kann. Gut. Ähm, falls uns während des Streams auffällt, dass ihr da irgendwie die Teilnahmebedingungen in irgendeinem Punkt nicht erfüllt, steht es uns natürlich, ähm, frei, das Projekt dann zu disqualifizieren, sollte klar sein. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel merken, das ist niemals in drei Stunden durchspielbar, sondern man braucht da vielleicht sechs Stunden für. Wir werden natürlich nicht, wenn ich jetzt irgendwie zehn Minuten länger brauche, zwanzig Minuten länger brauche, da werden wir nicht euch jetzt einen Strick daraus drehen. Da werden wir jetzt drüber nachdenken, ist es denn irgendwie, lag das jetzt wirklich am Projekt oder ist da irgendwas anderes vorgefallen? Kann auch sein, dass da irgendein Bug im Spiel war oder so, der das Voranschreiten verhindert hat. Das ist ja nicht eure Schuld. Eigentlich schon, klar, ihr habt ja den Bug eingebaut, aber ihr wisst, was ich meine. Das würde ich euch nicht ankreiden. Das ist halt, kann jedem passieren. Das ist halt einfach so. Ähm, gut. Ähm, am Ende, wenn alle Projekte gestreamt wurden, werden die Gewinner im letzten Stream per Zufall ausgelost. Also, alles per Zufall und nicht irgendwie das beste Projekt, weil ich finde persönlich, dass es A, sehr schwierig ist, das beste Projekt zu nennen, ähm, weil sehr viele fähige Menschen in der Community sind und es ist halt irgendwo ungerecht in meinen Augen, wenn ich dann am Ende entscheide, welches ich besser finde oder ich da eine Abstimmung mache, dann gewinnt vielleicht am Ende der, der die meisten Freunde einfach nur hat innerhalb der Community. Es hat halt einfach keinen Sinn, in meinen Augen. Es macht einfach am meisten Sinn, es per Zufall zu machen. So haben dann, und das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist, dann auch Anfänger eine Chance, auch einen Gewinn zu bekommen, weil es ist halt einfach so, es gibt übelst die Pros, die das schon seit fünf oder zehn Jahren machen oder noch länger wie ich oder halt Anfänger, die vielleicht wirklich erst vor zehn Tagen angefangen haben mit dem RPG Maker. Deswegen machen wir das per Zufall. Auch jemand, der vor zehn Tagen erst mit dem RPG Maker angefangen hat, der vielleicht gar keine Ahnung hat, worum es geht, was man machen soll und so, der vielleicht in acht Wochen gerade so ein Projekt zusammengeschustert bekommt, und er soll auch die gleiche Chance haben. Fände ich sonst unfair. Gut. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch gerne via Steam an Speedy Underwood wenden oder einfach an mich. Die Kontaktmöglichkeiten stehen hier im Forum oder einfach unten in der Videobeschreibung. Das war es dann soweit von mir. Hier könnt ihr euch nochmal eine Zusammenfassung durchlesen. Ist nicht so wichtig, habe ich euch ja gerade gegeben. Gut, ich sage Tschüsseli, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, hier die Abstimmung, die Umfrage teilzunehmen. Das wäre echt cool. 24 Leute, kommt Leute, da gehen noch ein paar mehr. Ich würde die noch eine Woche laufen lassen. Also jetzt noch eine Woche. Und, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Among Us, diesen Samstag, 21 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ein paar Zuschauer dabei sind, wenn wir die Lobby vollkriegen. Zehn Leute, das wäre der Hammer. Einfach mal richtig Spaß haben. Und wenn es ein paar mehr sind, wechseln wir halt mal ab und zu durch. Guckt euch auf jeden Fall dazu das Video an und schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr teilnehmen wollt. Oder wendet mich, wendet euch an mich persönlich über die Kontaktmöglichkeiten. Gut, Tschüsseli, das war es wirklich. Tschüss.